We droppin' Bass like a motherfuckin' Atom Bomb Yo, was geht ab, Leute? Giddy Middelflow, euer Frips hier, und zwar heute mit einem neuen Video. Leute, heute in diesem Video erfahrt ihr ein paar richtig kranke Sachen. Und zwar wird es was Übermächtiges geben. Es wird andere Liga erreichen. Aber Leute, bevor wir dazu kommen, vergiss nicht, beim aktuellen Gewinnspiel, das läuft ja immer noch. Ich werde noch gleich was zu dem Gewinnspiel sagen, wann die Gewinne ausgelost werden und so weiter. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und das Ding ist, gerade läuft ein Undergold-Gewinnspiel bei mir. Ihr könnt zwei GTA 5 Undergolds gewinnen mit jeweils 3 Milliarden GTA 5 Dollar drauf. Dazu müsst ihr einfach nur jedes Video liken, was einfach online kommt, bis zum Gewinnspiel. Ihr solltet aktiv in den Kommentaren sein und ihr solltet auf jeden Fall Abonnent dieses Kanals sein. Und solltet auf jeden Fall die Glocke aktiviert haben. Außerdem ist es so, Leute, ihr solltet auch auf jeden Fall meine Kollegen mal Keks und Zeddy abchecken. Denn ihr könnt dort auch einfach mal vorbeischauen, den Abo dalassen. Ich sehe halt ab und an auch bei denen auf dem Kanal, wer da so aktiv ist. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Video. Um was geht es denn hier in diesem Video? Leute, es wird was Heftiges auf euch zukommen. Heute Abend werden richtig heftige Sachen verlost. Und zwar einfach nur als Dank, Leute. Sieht es an als 70.000 Abonnenten-Special oder 75.000 Abonnenten-Special. Sieht es einfach an als kleines Dankeschön. Und zwar, Leute, habe ich gestern gestreamt gehabt. Und dort sind wir so richtig heftig abgegangen. So viele Leute waren am Start. Und dann nach dem Stream, Leute, habe ich erst realisiert, wie heftig aktiv ihr seid. Ihr seid einfach die Besten da draußen. Ihr seid einfach nur Ehrenmänner und Ehrenfrauen in meinen Augen, Leute. So heftig, wie der Chat und der Stream gestern abgegangen ist, das war nicht mehr normal. Wir hatten am Höhepunkt fast 1.000 Zuschauer. Und so viele Leute haben mitgeholfen, mitgefiebert, das Ufo-E-Stack zu lösen. Leider konnten wir es bisher nicht lösen. Aber wir hatten schon Abonnenten, die das Ganze gelöst hatten. Und die haben uns sogar Bilder geschickt. Aber wir wissen leider noch nicht, ob das Fake oder Real ist. Aber, Leute, das ist wieder ein anderes Thema. Was geht, also um was geht es hier eigentlich in diesem Video? Leute, heute Abend streame ich um 20 Uhr. Wahrscheinlich mit dem Zeddy, vielleicht auch mit dem Keks zusammen. Mal schauen, wie das Ganze auf jeden Fall ablaufen wird. Aber wir spielen dann wieder 5M. Also das, was wir letztes Mal gemacht haben mit Leuten trollen und so weiter auf einem GTA-Real-Life-Server. Aber ich hoffe, ihr schaltet auf jeden Fall ein. Und Leute, in diesem Stream werde ich 2x 20 Euro PSN-Karten verlosen. Und einen Unlock All mit 300 Millionen GTA 5 Dollar. Aber, ich muss euch ein paar Sachen dazu erzählen. Und zwar, die 2 PSN-Karten werden zu 1 Million Prozent verlost. Ich werde euch auch noch gleich erklären, wie das Ganze ablaufen wird. Und Leute, der GTA 5 Unlock All wird verlost, sobald wir die 2500 Zuschauer erreicht haben. Das heißt, erreichen wir einmal im Stream die 2500 Zuschauer. Dann werde ich am Ende des Streams, kurz bevor ich den Stream beende, die Unlock All-Zugangsdaten einem bestimmten zukommen lassen. Und zwar, dem aktivsten Chatter auf meinem Kanal. Wie funktioniert das, denkt ihr euch jetzt? Und zwar, Leute, habe ich eine Funktion in meiner Streaming-Plattform. Ich blende euch das Ganze mal ein. Und zwar gibt es ja so ein Nightbot. Der Nightbot erkennt, wie aktiv ihr seid. Das Ding ist, alle Spam-Nachrichten werden blockiert von diesem Nightbot. Das heißt, Leute, ihr müsst so einfach aktiv sein. So aktiv wie möglich. Das heißt, ihr könntet halt von Anfang an schon schreiben. Oder ihr schreibt einfach aktive Sachen. Natürlich dürft ihr nicht irgendwelche Buchstaben oder so in den Chat rein spammen, weil das zählt nicht als Top-Chatter. Und ich blende hier euch jetzt mal was ein. Hier seht ihr, hier waren gestern auch ein paar Top-Chatter am Start. Donald Trump war der Top-Chatter des Tages nach meinen Moderatoren. Natürlich gewinnen die Moderatoren was nicht. Und wie gesagt, der aktivste wird dann Gewinn. Und ich werde auch im Livestream einblenden, wer das ist. Und dann werde ich ihn selber höchstpersönlich kontaktieren und ihm den zukommen lassen, den Unlock All. Aber das machen wir erst, wenn wir 2.500 Zuschauer erreicht haben. Das heißt, Leute, wie erreichen wir denn die 2.500 Zuschauer? Dieses Video sehen vielleicht 10.000 Leute, wenn ich Glück habe. Und, Leute, es müssen ein Viertel nur zuschauen. Dann wird der Unlock All verlost. Das heißt, Leute, teilt es einfach mit euren Freunden. Erzählt euren Freunden, jo, hier kann man Unlock All uns 2x20 Euro PSN-Karten gewinnen. Das heißt, teilt den Stream einfach, Leute. Gebt den Leuten Bescheid. Ich werde den Stream-Link auch unten in die Videobeschreibung packen. Geht da drauf, aktiviert die Benachrichtigung. Sobald ich dann streame, werdet ihr eine Benachrichtigung bekommen. Und wir sind dann am Start oder ihr seid am Start und wir streamen auf jeden Fall zusammen. Ich hoffe, dass das Ganze auf jeden Fall richtig lustig wird. Und jetzt, Leute, kommen wir nochmal zu den PSN-Karten, wie das Ganze funktionieren wird. Und zwar, Leute, wird pro Stunde eine PSN-Karte ausgelost. Ich werde euch jetzt nochmal was einblenden. Und zwar hier seht ihr, dass ich nichts fake. Ich habe die PSN-Karten so circa um 14 Uhr gekauft gehabt. Und ihr könnt ja hier sehen, hier sind die PSN-Karten. Ich habe natürlich die Codes ausgeblendet, damit ihr nicht hier die schon vorher einlösen könnt. Und das Ganze wird dann so aussehen, Leute, dass ich pro Stunde eine PSN-Karte verlose. Aber jetzt kommt das Wichtige. Und zwar zählt hier wieder die Aktivität. Ich werde nämlich alle 20 Minuten vier Ziffern der PSN-Karte euch mitteilen. Es gibt ja zwölf Ziffern. Wenn wir zwölf durch drei teilen, haben wir dreimal, also dreimal sage ich dann, euch vier Ziffern. Das heißt, in einer Stunde, weil dreimal 20 sind 60, wie jeder von euch weiß, wenn ihr die Schule besucht habt, wisst ihr Bescheid. Also jede Stunde wird dann sozusagen eine PSN-Karte ausgelost. Und ihr müsst halt dann die Ziffern ausschreiben und nur die aktivsten Leute gewinnen. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo, wenn der Stream schon eine Stunde läuft und ihr schon reinkommt jetzt und dann eine PSN-Karte abstorben wollt, das funktioniert dann nämlich nicht. Das heißt, ihr müsst aktiv sein. Ihr schreibt es euch vielleicht auf einen Zettel auf, die Ziffern, weil ich werde die dann nicht noch einmal wiederholen. Ich werde sie nur einmal erwähnen. Und dann am Ende, Leute, also wenn die eine Stunde erreicht wurde, ich werde mir auch einen Timer stellen, werde ich die letzten vier Ziffern der PSN-Karte euch sagen und ihr geht dann sofort hin und versucht einfach, die PSN-Karte einzuzahlen und der Schnellste gewinnt einfach. Finde ich auf jeden Fall eine richtig korrekte Aktion von mir, finde ich. Also ich finde, es ist eine ganz andere Idee oder es ist halt cool gemacht. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr das auf jeden Fall schaffen wollt, dass wir auch den Anok-Olf verlosen, dann müsst ihr den Stream auf jeden Fall teilen mit euren Kollegen. Ihr chillt doch bestimmt mit euren Kollegen im Party. Sagt einfach, hey Digga, komm, lass mal Frap seinen Stream abchecken. Und Leute, wie gesagt, die Aktivität zählt und umso früher ihr am Stream mit dabei seid, umso höher ist die Chance, dass ihr einfach gewinnt. Und das Ganze mache ich auch nicht nur irgendwie, damit mein Stream 10.000 Zuschauer bekommt. Nein, Leute, ich möchte euch einfach was zurückgeben und der Anok-Olf ist jetzt zum Beispiel im Wert von 50 Euro, die PSN-Karten von 40 Euro. Das sind fast 100 Euro, die ich euch jetzt zurückgeben möchte, weil ihr einfach die Besten seid. Ich hätte ja auch den Anok-Olf verkaufen können. Ihr wisst aber, anstatt den zu verkaufen, meine Freunde, werde ich den an euch geben beziehungsweise werde ich den verlosen, insofern wir die 2.500 Zuschauer erreicht haben. Und ja, Leute, das war es zu diesen Informationen. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall ab, um 20 Uhr wird der Stream beginnen. Dieser Stream-Link ist nochmal unten in der Videobeschreibung. Und Leute, ich muss mich nochmal bedanken für alle Spenden, die gestern eingekommen sind. Ich habe die Spenden nochmal alle unten verlinkt beziehungsweise alle mal reingeschrieben. Ich danke euch auf jeden Fall, dass so viele Leute gespendet haben im letzten Livestream. Ihr seid auf jeden Fall die Besten. Und ja, Leute, genau, das war nochmal so die Randinformation. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierher geschaut habt. Falls ihr bis zum Ende geschaut habt, Leute, schreibt mal Hashtag Ende. Und bitte teilt mir mal eure Meinung mit, wie ihr dieses Gewinnspiel oder diese Auslosung findet. Und Leute, das Unlock-All-Gewinnspiel, was ja ganz normal fortgeführt wird, das endet am 10.7. Das heißt, nächste Woche Montag werde ich dort die zwei Gewinner für die GTA 5 Unlock-Alls mit jeweils 3 Milliarden GTA-Dollar auslosen. So, viel zu viel schon wieder geredet, Leute, aber trotzdem finde ich dieses Video informativ und ihr solltet, wie gesagt, den Stream teilen. Dann würde ich schon mal sagen, Leute, haut rein, geht ihr mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.